Neuhold wieder raus, der war zuletzt eigentlich ganz schön on fire, fand ich. Jetzt Jan Gohl nimmt ihn wieder raus auf die Bank, Schröder wieder rein. Wassentor, Pontus Zettermann, Schlagwurf, paar Exelons, besser kann man es gar nicht machen. Super, schlägt er ein, von unten nach oben, Wurf haben es sehr lang, toller Wurf, Zettermann, fünftes Tor.